Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Zakomaso und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lucky Block Battle. Ja, meine lieben Freunde, das ist sowas von nice. Ich freue mich, dass ich das jetzt spielen kann. Das ist der Server von LP mit Kev. Der ist auch in der Beschreibung, die IP natürlich. Das seht ihr auch hier oben rechts, LP mit Kev.de. Das ist die Server-IP. Und der hat jetzt was Neues hier reingetan oder die Mods. Ich weiß ja nicht, wer das macht alles. Und das sind Lucky Block Battles. Und das ist mega geil. Ihr seht das jetzt selber. Ja. Man hat 32 Lucky Blocks und die muss man halt öffnen. Ob sie die Jahren zum Bauen, das ist auch gut. Ja. Oh, mate. Okay. Ist nur gefärbt. Ich ziehe hier gerade aber nur scheiße. Oh, ein Goldapfel. PvP ist jetzt noch nicht an. Erst nachher. Oh, was ist das? Aha. Bitte gib mir so ein OP-Shit, Alter. No way. Oh, lol. LOL. Holy shit. Holy shit. Das wollte ich nicht. Oh, Enderperlen. Alter. What the fuck, dude. Mein anderer Lucky Block. Oh mein Gott. Hier ist ja richtig alles kaputt, Alter. Wenn ihr dieses Spielmodi auch feiert, könnt ihr ja einen Daumen hoch da lassen. Und Schlaftrank. Ey, mate, dieser Typie, der geht mir irgendwie richtig auf den Sack, ne? Abstauber. Das war ein Feuerzeug. Nice. Okay, in 5 Minuten ist Deathmatch. Das ist nice. LOL. Hühnchen. Oh. Das End. LOL. What the fuck? Soll hier was drin sein? Ne, ne? Kein Plan. Da was drin sein muss. Ey, dude, was hab ich hier für einen Scheiß? Das kann alles mal weg hier. Das auch? So. Jetzt bin ich wieder leer. Oh, da ist ein Schwert. Das ist nice. Ey, hier ist gar kein richtiger OP. Ach, scheiße, mate. Holy shit. Digga, wer hat hier ein Scheiß-Gas gespawnt? Direkt mal, die die ganze Lava wegmachen, weil... Ach, ne, warte. Das geht ja alles hier kaputt dann. Das ist doof, Leute. Wir haben zwei Goldäpfel, Leute. Das ist schon mal... Was hab ich jetzt bekommen? Oh, hoho. Mehr Herzen, oder was? Ja, sicherlich. Leckt es grad, oder? Nein. Lol. Ich krieg wirklich nur Scheiße, ne? Ja, sicherlich. Was krieg ich hier für Scheiße? Ich kann hier einen guten Sprengmeister... Was? Oh, no. Hilfe, ich ersaufe. So. Wir müssen hier grad irgendwie mal weg, Alter. Das ist echt hier... Zu hart. Machen wir das hier grad mal hier auf, weil hier hinten sind... Kaum, Leute. Oh, ein Crafting-Table. Toll. Lol. Okay. Hä, ist ja nice. Was ist denn hier in den Truhen drin, also? Oh, Lava ist hier. Okay, das ist nice. Dann kann ich hier mal... Grundst... Oh. Das ist geil. Hätte ich gerne mehr davon. Dude, what the fuck? Oh, damit kannst du den richtig geil einbuddeln, Alter. So, Feuerstein brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Jetzt müssen wir hier grad mal aussortieren, Leute. Okay, Schlaftrank habe ich zwei Stück. Das ist nice. Die alle behalte ich. Selbstkörperspringen. Ach, Schein, leise. Warte, Leute, ich brauche Holz. Weil ich glaube, selbstspringen, das kann man doch mit einem Stick machen, oder? Läuft. So. Erstmal direkt hier alles wegmachen. Ja, nice, dude. Ey, geh mal her. Nee. Ist er down? Ich glaube, der ist down. Hehe. Mate, what the fuck? Okay. Nur mal grad alle checken. Ich hab gar nichts, ne? Oh, dieser Penner baut sich hoch. Nice, Mucke. Schauf dieses Gamer frei. Hehe. Tolle Wurst. What the fuck, mate? What the fuck, mate? Was hat die... Was hat der geraucht, Alter? Das war nice Mucke, Leute. Ich bin der TNT-Springmeister, Alter. Das könnte schön in die Luft springen. Das war schlau, Digga. Okay, der ist down. Gucken wir grad mal hier... Spiel verlassen. Spiel verlassen? Nee, das will ich ja nicht. Muss ich ja wohl. Okay, hab ich halt nicht gewonnen. Das war halt scheiße. Hier bin ich. Heh, Punkte Null. Ja, ich bin der TNT-Spring. Ja, sicher nicht, als ob die so gut sind, ey. Boah, Leute, aber... Wenn euch wirklich auch der Modus gefällt... Alter. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das... Ob ihr das richtig geil findet. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr ein Like da lassen, dann seh ich das. Und, ähm, ja. Ja, auf jeder... Auf... Alter, Junge. Es ist so heiß hier. Und ich weiß nicht mehr, was ich reden soll. Oh, ich wollte sagen, ähm, dass der Spielmodi einfach so mega geil ist. Und ich hätte schon ein bisschen mehr Lust, auch ein paar mehr Folgen hiervon aufzunehmen. Und, ja. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ja, dann könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Müsst ihr aber nicht. Wäre aber cool. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ey.